Oh, ist das schön! Wo ist Bisazam? Bicca! Bisazam, was hast du denn? Pukenip? Ah, da steht, der Duft hat auf Pokémon eine berauschende Wirkung. Hey, nicht übertreiben, Bisazam! Sei bitte vorsichtig, okay? Bisazam! Bisazam! Bicca, Bicca! Was ist das denn? Stopp! Riech ja nicht an dieser Pflanze! Das ist Betäubungskraut. Wenn irgendwer an diesem Kraut riecht, ganz egal ob Pokémon oder Mensch, ist der total gelähmt. Was machen wir denn jetzt? Bisazam hat daran gerochen! Du, Flor, schnell! Bring Bisazam ins Haus, okay? Du, Flor! 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 Bisazam! 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 Dir geht's wieder gut! Was für ein Glück, dass du, Flor, schon so lange mit Betäubungskraut zu tun hat. Du, Flor ist mittlerweile immun dagegen und hat ein Gegengift entwickelt. Deinem Bisazam müsste es wieder gut gehen. Ja, Glück gehabt. Danke, Florinda. Äh, Bisazam? Du, Flor! 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 Bisazam! 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 Ha, so wie es aussieht, haben die beiden eine Menge Spaß miteinander. Ja, Misty, es ist schön, wenn zwei Pflanzen-Pokémon so gut miteinander auskommen wie die beiden. Hm. Oh, ich glaube, die beiden sind nicht die einzigen, die sehr gut miteinander auskommen. Hm? Bisazam! Und das halt ä dile beispiel? Bisazam! Bisazam! Vielen Dank.